Tabellenkalkulationen haben viele Funktionen. Die wenigsten brauchen wir regelmäßig und die Dokumentation ist nicht immer hilfreich, um die genaue Funktionsweise einer Funktion zu erkunden. Deshalb ist die beste Strategie, eine Funktion mit konkreten Werten auszuprobieren. Wir gehen dir aber geschickt vor, um die Algorithmen hinter einer Funktion zu verstehen. Das veranschaulichen wir uns am Beispiel der logischen Operation mithilfe von Wahrheitstafeln. Wahrheitstafeln stellen die Eingaben und die Ergebnisse von logischen Funktionen und Operationen gegenüber. Entsprechend hat eine Wahrheitstafel einen Eingabebereich und einen Ergebnisbereich. Der Eingabebereich ist bei Funktionen mit nur einem Parameter per Konvention die erste Spalte. Bei Operationen und Funktionen mit zwei oder mehr Parametern verwenden wir die erste Spalte und die erste Zeile, um die verschiedenen Eingabewerte gegenüberzustellen. Im Ergebnisbereich einer Wahrheitstafel wenden wir die jeweilige Funktion an. Dieser Bereich wird durch die Parameterspalten und Zeilen aufgespannt. Bei einparametrischen Funktionen ist der Ergebnisbereich immer genau eine Spalte breit. Wir erinnern uns, dass jeder logische Ausdruck einen Wahrheitswert zurückgibt. Deshalb stehen im Ergebnisbereich einer Wahrheitstafel ausschließlich die Werte wahr und falsch. Oder fast ausschließlich, wie wir gleich sehen werden. Mit den Konzepten der Wahrheitstafeln können wir logische Ausdrücke gezielt ausprobieren und ihre Funktionsweise nachvollziehen. Die einfachste Variante dafür sind logische Verknüpfungen bzw. die logischen Operatoren. Der einfachste logische Operator ist die Nicht-Funktion, weil sie nur einen Parameter hat. Nicht verkehrt einen logischen Wert in sein Gegenteil. Das heißt, wahr ist gleich nicht falsch und falsch ist gleich nicht wahr. Das können wir leicht in einer Wahrheitstafel abbilden. Ich schreibe zuerst wahr und falsch in die erste Spalte eines Excel-Arbeitsplatzes. In die zweite Spalte schreibe ich die Ergebnisse der Nicht-Funktion für diese Werte. Also ist gleich nicht von a2 und ist gleich nicht von a3. In der zweiten Spalte stehen jetzt unsere Ergebniswerte für die Nicht-Funktion. Im Video über die logischen Ausdrücke habe ich darauf hingewiesen, dass der Wert 0 und die leere Zelle als logisches Falsch vom Excel interpretiert werden. Das können wir leicht überprüfen. Ich schreibe in die Zelle unter den Wert Falsch eine 0 und fülle jetzt die Nicht-Funktion für zwei Zellen aus. In unserer Wahrheitstafel sehen wir jetzt, dass die 0 und die leere Zelle die gleichen Ergebnisse liefern wie der Wahrheitswert Falsch. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass Excel Werte ungleich 0 als wahr interpretiert. Auch das überprüfen wir in unserer Wahrheitstafel. Ich schreibe dazu unter die leere Zelle, unter der 0 eine 1, darunter 2 und darunter –3. Wieder fülle ich die Nicht-Operation für diese drei Zeilen aus. Dieses Mal sehen wir, dass die Ergebnisse gleich den Ergebnis für den Eingabewert wahr sind. Beachten Sie, dass ich die 2 eingefügt habe, um zu zeigen, dass nicht nur die 1 als wahr interpretiert wird. Und ich habe die –3 eingefügt, damit ich exemplarisch zeigen kann, dass auch Werte kleiner als 0 als wahr interpretiert werden. Was ist aber mit Zeichenketten? Ich hatte erwähnt, dass Zeichenketten nicht direkt in logischen Verknüpfungen verwendet werden können. Auch das können wir jetzt in unserer Wahrheitstafel prüfen. Dazu gebe ich die Zeichenkette Daten in die erste Spalte ein. Wieder fülle ich die Formel für diesen Wert aus. Das Ergebnis ist ein Wertfehler, was meine ursprüngliche Aussage bestätigt. Was ist aber mit der leeren Zeichenkette? Dazu schreibe ich in die nächste Zeile den Wert apostroph und drücke gleich Eingabe. Die Zeile sieht jetzt leer aus. Wenn wir mit der Funktion istText prüfen, ob es sich um eine Zeichenkette handelt, dann erhalten wir wahr. Die Länge dieser Zeichenkette ist 0, was uns beweist, dass wir es hier tatsächlich mit einer leeren Zeichenkette zu tun haben. Wir haben auch gesehen, dass ein Vergleich einer leeren Zeichenkette mit einer leeren Zelle mit dem gleiche Operator wahr ergibt. Ich habe jedoch gerade gezeigt, dass wir für andere Zeichenketten einen Wertfehler von nicht erhalten. Excel könnte also die leere Zeichenkette wie eine leere Zelle als falsch interpretieren. Oder bei der leeren Zeichenkette wie bei allen anderen Zeichenketten auch einen Wertfehler verursachen. Ich teste diese Fragestellung, indem ich unsere Nicht-Formel für diese Zeichenkette ausfülle. Wir sehen am Wertfehler, dass Excel die leere Zeichenkette wie jede andere Zeichenkette behandelt und nicht wie eine leere Zelle. Jetzt fragen wir uns noch, wie Excel einen Fehler in logischen Verknüpfungen behandelt. Intuitiv könnten wir vermuten, dass ein Fehler falsch ist. Andererseits gibt die Nicht-Funktion einen Fehler bei Zeichenketten aus. Zur Überprüfung erzeuge ich in unserer Ergebnisspalte einen Fehler. Im Prinzip könnte ich den Wertfehler aus der Adresse B10 übernehmen. Weil dieser Fehler aber von der Nicht-Funktion selbst erzeugt wurde, erzeuge ich einen anderen Fehler. Das mache ich, damit ich sehen kann, ob ein Fehlerwert als Eingabe auch einen Wertfehler generiert. Der einfachste Fehler ist die Division durch 0. Dazu schreibe ich in die A-Spalte ist gleich 1 geteilt durch 0. Wieder fülle ich die Nicht-Funktion für diesen Eingabewert aus. Dieses Mal sehen wir, dass nicht kein Wertfehler erzeugt, sondern den Fehler einfach weitergibt. Mit diesem einfachen Beispiel erkennen wir, dass die Nicht-Funktion für unterschiedliche Eingabewerte nicht nur die Werte wahr und falsch zurückgibt. Dieses Verhalten der Funktionen haben wir nur durch das Ausprobieren mit geschickt gewählten Eingabewerten erkennen können. Diese speziellen Eingabewerte werden als Randbedingungen einer Funktion bezeichnet. Die Nicht-Funktion hatte nur einen Parameter. Wie erstellen wir jedoch eine Wahrheitstafel für Funktionen mit zwei oder mehr Parametern? Das veranschaulichen wir uns am Beispiel der Funktion und. Dazu kopiere ich die Randbedingungen der Nicht-Funktion und transponiere sie in die erste Zeile. Danach schreibe ich in die Zelle unter dem Wahrwert die Formel ist gleich und . Diese Formel fülle ich horizontal und vertikal für alle Randbedingungen aus. Damit habe ich eine Wahrheitstafel für die Un-Funktion erstellt. Den Ergebnisbereich dieser Wahrheitstafel fülle ich mit hellgrau und hebe die klassische Wahrheitstafel der Un-Funktion mit rot hervor. Wir erkennen jetzt gut, dass Zahlenwerte von Excel wie Wahrheitswerte behandelt werden. Das sehen wir, weil die Ergebnisse der Un-Funktion für die Werte 0, 1, 2 und –3 der hervorgehobenen Wahrheitstafel entsprechen. Für andere Randbedingungen erkennen wir, dass sich die Un-Funktion ganz anders verhält, als wir es von den Ergebnissen der Nicht-Funktion her erwarten würden. So interpretiert Excels Un-Funktion die leere Zelle nicht als falsch, sondern ignoriert sie. Das gleiche gilt für Zeichenketten. Auch sie werden ignoriert. Wir sehen, dass Excel diese Werte ignoriert, weil das Ergebnis in Kombination mit einem Wahrheitswert den jeweiligen Wahrheitswert entspricht. Sowohl für die leere Zelle als auch für Zeichenketten erhalten wir einen Wertfehler, wenn beide Parameter der Un-Funktion eine Zeichenkette und bzw. oder eine leere Zelle sind. Wenn wir einen Fehler als Parameter übergeben, dann wird dieser Fehler wie erwartet immer von der Funktion als Ergebnis zurückgegeben. Das unterschiedliche Verhalten zweier logischer Funktionen für die gleichen Randbedingungen bezeichnet man als logische Inkonsistenz. Ohne die besonderen Randbedingungen wären wir nicht in der Lage, diese Inkonsistenzen zu erkennen. Solche Inkonsistenzen sind spezifisch für Programmiersprachen und Programmierumgebungen. Nicht immer werden solche Inkonsistenzen in der Dokumentation explizit erwähnt. Deshalb verlassen Sie sich nicht einfach auf Ihre intuitiven Annahmen für logische Werte oder auf die Dokumentation. Stattdessen probieren Sie neue Konzepte und Funktionen mit Wahrheitstafeln aus. Wenn zwei logische Ausdrücke die gleiche Wahrheitstafel ergeben, dann bezeichnen wir diese übrigens als funktional gleich oder als äquivalent. Beispiele für solche äquivalenten logischen Ausdrücke sind die demorgischen Regeln. Fragen Sie sich zum Abschluss, wie die Wahrheitstafel der UND-Funktion aussehen müsste, wenn die UND- und die Nicht-Funktion logisch konsistent wären. Wie immer schreiben Sie Ihre Lösung unten in die Kommentare.